Servus und Grüß Sie zu einer neuen Wochenwettershow vom 3. bis 9. März für die Region Arlberg. Wir befinden uns nun im meteorologischen Frühling. Dieser geht vom 1. März bis zum 31. Mai. Und natürlich sind die ersten Märztage dem Winter deutlich näher als sonst einer Jahreszeit. Und das werden wir in dieser Woche auch spüren. Es wird noch einmal schneereich und kalt. Und mit diesem frischen Märzschnee bleiben die Pisten und Läupen bei uns in der Region Arlberg weiter bestens. Und wenn wir auf dieses Bild blicken, dann blicken wir eigentlich auch zurück. Die Livecam St. Antoman Arlberg zeigt strahlenden Sonnenschein in der vergangenen Woche und viel Schnee. Und auch die Livecam Lech am Arlberg zeigt viel Schnee und strahlenden Sonnenschein. Zu dem strahlenden Sonnenschein kommen aber im Laufe des Dienstags immer mehr Wolken. Dann zieht es zu und bis zum Mittwoch setzt Schneefall ein. Außerdem gehen die Temperaturen runter. Es wird noch einmal winterlich. Von Lech über Zürs, Stuben, St. Christoph bis St. Anton fällt zeitweise oft sogar anhaltender Schnee. Da kommt dann einiges an Schnee zustande, gerade in den Bergen. Und das passt. St. Anton am Arlberg ist bei Freestylern für seine unzähligen und tief verschneiten Hänge bekannt. Mit der Rendelbahn in St. Anton am Arlberg kommen Sie direkt vom Ortszentrum auf den Berg. Am Rendel befindet sich der Stantonpark. Auf über 2000 Meter Höhe lockt er mit abwechslungsreichen Features. In fünf Bereichen gibt es für jede Könnerstufe das passende Trainingsareal. Für Anfänger und jüngere Fahrer bietet die Kids Area jede Menge Abwechslung und es können die ersten Sprünge geübt werden. Na dann guten Flug. Wir fliegen ins Wetter für Donnerstag und Freitag und es bleibt winterlich, tiefwinterlich im Prinzip. Noch einmal mit anhaltenden Schneefällen in der Region Arlberg und Temperaturen von unter 0 Grad. Wobei sich am Freitag der Frost abschwächen wird. Da steigen die Temperaturen an. Es geht etwas rauf. Apropos rauf. Die Waluga auf 2811 Meter in Begriff der Arlberger Bergwelt und auf jeden Fall eine Reise wert. Mit drei verschiedenen Bahnen kommen sie nach oben. Und das absolute Highlight ist dabei die Waluga Bahn 1. Hier schweben sie bis zu 190 Meter oberhalb des Tals. Am Waluga gerade angekommen, lädt das gemütliche Waluga View Restaurant zum Verweilen ein. Und neben dem kleinen Aussichtsbalkon befindet sich die Talstation der Waluga Bahn 2. Und die kleine Bahn überwindet dann die letzten Meter bis zum Gipfel und das erwartet sie. Die Aussichtsplattform mit dem schönsten Blick des Arlbergs. Und dieser Blick reicht von Italien im Süden bis Deutschland nach Norden. Und von da kommt noch das Wetter. Nämlich von Norden am Samstag mit letzten Schneefällen, die dann immer mehr abklingen. Im Laufe des Tages kommt die Sonne heraus und dann stülpt sich ein Hoch über die Alpen. Das bedeutet, es wird immer sonniger und milder. Dem Schnee geht es noch nicht an den Kragen. Südseitig wird er etwas sulzig. Aber ansonsten bleibt es perfekt. Denken Sie aber bitte an Sonnencreme. Freestyler und Snowboarder schätzen Lech Zürs am Arlberg nicht nur wegen der grandiosen Pisten und Tiefschneebedingungen, sondern auch wegen des Snowparks Lech am Schlegelkopf. Am Samstag, den 7. März, geht es hier wieder los mit dem Close to Heaven Freestyle Contest. Nach dem Training um 12 Uhr beginnen die Wettbewerbe. Am Abend gibt es die große Afterparty. Ebenfalls am Samstag, den 7. März, können Sie Luxus pur im Krug-Open-Air-Pop-Up-Restaurant in Lech am Arlberg erleben. Bis 4. April veranstaltet das renommierte französische Champagnerhaus Krug einen exquisiten Event in Lech am Arlberg. Mitten im Schnee, mit atemberaubendem Panorama, beheizten Kojen, Wänden aus Schnee und Eis, kulinarischen Köstlichkeiten und natürlich reichlich eisgekühltem Champagner. All das lädt zum Entspannen und Genießen ein und es hat auch einen Hauch von Luxus. Und ein Hauch von Wetterluxus bietet uns die erste richtige Märzwoche. Erst mit Schnee und dann eben mit Sonne. Schöner kann es um diese Jahreszeit kaum sein. Damit wünsche ich Ihnen viel Spaß und beste Erholung bei uns in der Region Arlberg.